Hallo und willkommen zurück zu Sapnautica. Ich studiere übrigens auf dem Groundsuit gerade. Man wird irgendwie, wenn man das Spiel neu lädt, auf den draufgestellt. So ähnlich wie bei der Motte, das glaube ich auch was, dass man irgendwie nicht in der Motte lädt. Aber das ist eigentlich ganz nett, wir haben hier so einen schönen Ausblick irgendwie so. Der Planet ist ein bisschen durchsichtig, fällt mir gerade auf. Und ich dachte, ich mache das am besten jetzt so. Ich schnappe mir den Anzug. Vorher essen wir noch was und so, aber ich schnappe den und dann geht's einfach mal los, dass wir uns in eine Richtung aufmachen, in der ich vielleicht noch nicht so oft war. Und dann gucken wir einfach, was wir so alles entdecken. Mit dem Anzug zu Hilfe sollte das ja eigentlich ganz gut klappen. Und da ist schon wieder so ein komisches Aufblinken. Und was ist da hinten? Ich glaube, es sind nur Fische, die irgendwie so in die Oberfläche springen. Das sieht ein bisschen aus wie Haiflossen. Das ist ungut. Okay, also hier runter und ich schnappe mir erstmal was zu essen. Da ist meine Basis. Der Anzug steht da oben erstmal gut und dann schauen wir mal, was wir so finden. Ich brauche irgendeine Gegend, wo es solches Blutöl gibt. Und irgendwie ist meine Basis sehr hell, als würden die Flutlichter noch stehen, die ich abgebaut habe. Ja, irgendwie ist das gerade sehr buggy. Da hatte ich das Flutlicht stehen und das strahlt jetzt gerade, obwohl es weg ist. Ach, liebesverbacktes Spiel. Ich hoffe, das ergibt sich wieder. Dafür ist jetzt hier alles gewachsen. Das ist sehr hübsch immer noch. Weil das Licht ist schon ziemlich heftig. Und unsere natürliche Beleuchtung braucht noch ein bisschen. Und ich hoffe, dann ist die andere weg. Es ist ziemlich blöd gerade. Einmal das Salz einsammeln. Und zum Essen. Ja, Fische wären eigentlich schon gut. Ich glaube aber mein Aquarium, die brauchen noch ein bisschen... Vermehrt euch. Oh, hallo Motte. Wieso steht ihr hier draußen rum? Achso, weil ich da den Anzug drin hatte beim Andock. Station. Okay. Ich nehme dann... Ach nee, dann war das nicht das Flutlicht. Das war die Motte. Ich nehme alles zurück. Es war kein Bug. Das war die Motte. Ach, da bin ich aber jetzt froh. Das hätte mich nämlich sehr genervt, sonst. Gut, ähm, ich schwimme dann gerade mal mit der Motte in eine Richtung. Oh, ich hoffe, dass ich gerade noch ein paar Fische fangen kann. Äh, da schwimmt schon einer. Der ist aber viel schneller als ich. Quitsch, quitsch, quitsch. Ach, komm her. Ja. Da vorne sehe ich auch noch was. Huch, achso. Und ich muss, ähm, diesen Bohrarm halt mal finden. Das ist wieder so ein Greifarm, den ich auch schon habe. Ich vermute, bei der Aurora in der Nähe könnte er vielleicht auch rumliegen. Aber da waren wir jetzt schon so oft, dass ich doch irgendwie mal erst in andere Gegenden möchte. So, komm her. Wunderbar. Und Quarz verschmähe ich sowieso nie. Das darf ich einfach nicht. Ich brauche Glas. Aua, scheiße. Böser, böser Kracher, Selbstmord, Fisch. Ich hasse dich. So, jetzt die Motte, ähm, wieder mitnehmen. Einmal anschließen. Andocken. Uah. Okay. So. Jetzt gibt's erst mal Futter. Und erste Hilfe. Und die Dinger muss ich noch wegpacken. So, für einen... Ich brauchte auch noch einen Schrank und dafür brauchte ich Glas. Das könnte aber gerade gut hinhauen. Ich hoffe, ein Glas reicht. Sonst muss ich nämlich jetzt alles mitnehmen. Das wäre auch saublöd. Ich will auf die Erkundungstour eigentlich am möglichst, äh, leeres Inventar. Gut. Ähm. Und jetzt der Müllschrank. Es wird eng. Ähm. Ich dekonstruiere mal den Müllschrank. Das heißt, der Müll im Müllschrank müsste weg sein. Das ist eigentlich auch der Trick, Sachen loszuwerden. Ha. Okay. Ähm. Dann kann ich jetzt hier noch einen Schrank instellen. Und dann kann ich jetzt hier... ...das noch weglegen. ...und trinken. Das kommt auch gerade richtig. Hier kommt mein Habitat-Bauer rein. Erste Hilfe nehme ich natürlich mit. Ach, da hatte ich auch noch Titania. Das lagern wir jetzt auch um. Hier möchte ich nur andere Sachen drin haben. Keine Baumaterialien sozusagen. So, dann einmal zum Bioreaktor. Jetzt tummeln die sich alle da oben. Hey, Fische. Da könnten sie sich ruhig noch ein bisschen vermehren, wenn's nach mir ginge. Ich hab jetzt aus der Sehnung einen aufgenommen. Naja, gut. So. Rein da. Dann bin ich doch schon fast vorbereitet. Ich esse noch eine Frucht von oben. Erste Hilfe Kasten hab ich dabei. Ähm. Sicher ist sicher. Da. Dann starten wir die erste Tour mit dem Bron-Anzug. Ach, bevor wir da... Ich brauch wieder wahrscheinlich eine ganze Folge nur, um mich vorzubereiten. Weil ich wollte mal ganz kurz gucken, ob ich nicht schnell eventuell noch einen Kompass herstellen kann. Wenn ich mal wenigstens so eine ungefähre Orientierung hab. Kompass, Kupferdraht und Computerchip. Ah, Computerchip ist natürlich jetzt wieder ein bisschen aufwendiger. Kompass, Kupferdraht und Computerchip. Ich hab' die Kompass. Hey, hey, hey. Hm. Silber hab' ich noch. Allerdings mit allem anderem. Messer. Und los geht's. Wo ist deine Tischkoche? Direkt hier, genau. Gleich mal mehrere mitnehmen. Ich hoffe, die wachsen nach. Hm, so, was war das noch? Kupferdraht. Das sollte ja wohl Kupfer reichen, oder? Ich nehm' mal vier. Zwei hätten gereicht. Auch gut. So. Kompass. Kompass aufgenommen. Jetzt ist die Frage, wie rüste ich das Ding aus? Das muss bei den Signalen rein. Ich nehm' mal die Hitz-Signatur raus. Jetzt aber. Jetzt hab' ich ein Kompass. Da ist Süden. Also die Südinsel ist im Südwesten. Eigentlich. Die Energieimpulsquelle ist ja bei der anderen Insel. Die liegt ja, wie gesagt, ein bisschen nördlich. Und ich wollte eigentlich mal so direkt weg von der Aurora. Ähm. Ja, so die Richtung. Also so. Nordwesten. Mal gucken, ob das klappt. Danke. Ähm. Da ist schon wieder die Südinsel. Muss mal aufpassen. Irgendwie ist das gar nicht so einfach. Dahin. So fies. Ich denke mal, man macht da sich irgendwas kaputt. Weil man so hart aufschlägt. Aber ich glaube nicht. Ich weiß auch gar nicht, ähm, was 900 Meter hält der, glaube ich, aus, wenn ich das richtig lese. Das ist eigentlich schon mal sehr geil. 900 Meter Tiefe. Nicht schlecht. Whee. Ich da hoch. Uah. Mit Schub. Eine ruckelige Angelegenheit. Was haben wir denn hier? Zeug von der Aurora. Oh. Okay. Sieht aus, als wäre das irgendwie steht das vor einem Eingang. Von der Höhle. Blockiert das so ein bisschen. Aha, aha, aha. Gibt es hier irgendwas interessantes, außer Dinge, die mich töten wollen? Vergiften. Es geht so. Da geht's wieder raus. Okay. Dann probieren wir das nochmal mit dem Greifer. Moment. Irgendwo da oben. Uah, das war nicht gut. Nein. Nein. Danke. Kann ich da hin? Nee, hat nichts getroffen. Na gut. Okay. Ich übe noch ein bisschen. Ich hoffe, die Dinger machen mir nicht allzu viel Schaden. Nein. Okay. Weiter nach Nordwest. Böse Dinge. Und ich höre unseren dicken Freund. Ups, falsche Taste. Das habe ich alles eingesammelt. Huch, das sind ja ganz viele. Au. Aber immerhin, Gesundheit 99. So ein bisschen muss ich glaube ich schon aufpassen, was ich da mache. Bist du weg? Die mögen mich nicht. Was ist das denn? Was dachte? Okay, ach, das ist so ein Pilzdingens, ja. Ähm, Moment, wenn ich kann... Achso, ja, kann ich eigentlich... Ähm, toll. Ich kann die Fische sammeln, ich töte sie nur direkt. Das war also nicht ganz geplant. Das arme Vieh. Weil der wahrscheinlich dann direkt sehr schnell auch ungenießbar wird. Hm. Kann ich welch gerade mal eben... Ich muss dich lebend essen, dann bist du nahrhafter, glaube ich. Komm zurück. Gibt nämlich... Nö. Also, haben die nicht immer sonst, ähm, Wasser gegeben? Also auch lebendig und nicht umgewandelt in Wasser? Komisch. Hier komisch. So ein Ding haben wir auch. Hehehe, ich versuche gerade darauf zu laufen, das ist voll schwierig. Oh, ich könnte natürlich auch mal irgendwie angegriffen werden mit dem anderen Arm einfach mal so. Zack. Hm. Bitte hätte ich mich ausprobieren. Ich verliere immer so ein bisschen die Richtung. Das heißt, wenn ich nämlich den Kompass nicht hätte, wäre ich schon wieder voll falsch gelaufen. Das ist wohl das große Pilzgebiet. Irgendwie sehe ich gar nichts zum Skin. Ich sehe nur Eier. Das könnten einfach diese Quallen sein, die wir auch haben. Habe ich eine schon freigelassen? Ich hänge fest. Schön. Ah. Ah. Dass das Spiel halt auch so megamäßig ruckelt, gerade jetzt in diesem Gebiet hier, ist auch nicht sonderlich hilfreich. Ich warte mal eine Sekunde, vielleicht komme ich so ein bisschen mit dem Laden dann hinterher. Und gönne mir einen Schluck Tee. In der Hoffnung, dass es keiner mitbekommt. Ähm. Es ist schon witzig, jetzt hier so rumzulaufen. Aber ich habe gehofft, dass wir noch was zum Scannen finden. Mhm. Aber das wird ja vielleicht noch. Vielleicht finden wir beim nächsten Mal was richtig Gutes. Und vielleicht komme ich jetzt auch bald in eine Gegend, die ein bisschen schneller beim Nachladen ist. Das hier mit diesen... Ich habe nicht mal 10 FPS. Das ist so richtig übel. Das ist Daumenkino. Was ich hier gerade habe. Das ist ein bisschen ätzend. Da habe ich nach Süden. Das ist echt nicht einfach, zu dem zu steuern und gleichzeitig den Kuss beizubehalten. Und das Ganze, wenn das ruckelt und der sich dann ab und zu auch mal irgendwie so spontan einfach dreht. Weiter als er soll. Ich komme da nicht durch. So nett, dieses Gebiet hier auch ist mit den Pilzen. Ich glaube, ich möchte hier bald raus. Hey. Quallenvieh. Oh Gott, ey. Ist noch mehr. Ich will auch gar nicht wissen, wie oft ich jetzt schon im Kreis gelaufen bin. Oh Gott. Es geht gerade absolut nicht. Ähm. Das zu steuern, während ich auf 5 FPS bin, das ist... Es geht gerade nicht. Ähm. Das heißt, ich werde versuchen, hier aus diesem Gebiet, aus dem Biomen rauszukommen. Und dann geht's beim nächsten Mal dann hoffentlich ein bisschen ruckelfreier weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann. Bis dann. Bis dann.